jetzt ich muss zurück nach breitfort zu casey ja mach doch ich das auto noch mal finde da muss ich ja ich muss nicht durch den park wir können die abkürzung nehmen stimmt nachladen wir mal gar nicht so verkehrt also wer den stream gestern verpasst hat es ging ab wie sau alter war das freaky auch viel nur rumgelaufen so aber einiges war extrem freaky willkommen bei o2 ja klar autobahn war wichtiger gut hätte sie auch so laufen lassen können als podcast aber gestern war tote hose wirklich tote hose schickeleu war kurz da zeus war für fünf minuten da und sonst niemand also ich zuschauer weiß ich nicht ich habe das ja aus ich will das gar nicht sehen hinterher habe ich gesehen es waren dann 14 oder so keine ahnung es war tote hose vergiss nicht den eimer des hausmeisters im schutzraum des hausmeisters zu benutzen und zwischen den charakteren zu wechseln die geschichten von ellen und saga können in beliebiger reihenfolge gespielt werden ja da hatte ich auch von schon die idee dass wir mal wieder zu ellen wechseln kacken und dann sind die parkplätze voll das ist natürlich voll assi wenn der stift schon raus guckt und bei jeder bewegung anfängt deinen namen in die unterhose zu schreiben das ist übel was soll ich mal eben an der leuchtturm hoch checken ne komm wie gesagt moin zeus na wie is it was macht der urlaub oder ist schon wieder rum schön gemacht hier beautiful morgen geht's nach hause was macht ihr denn hier und dann ab montag wieder arbeiten oder musste diese woche noch ja da steht mein auto halt gibt es neue gesprächsoptionen nö nothing haben wir im wohnwagen was vergessen ja oh hier ich höre was aber ich sehe nichts kai und so vielen dank für dein für deinen sub und herzlich willkommen in der community der bekloppten boah ist das gleich richtig eingefahren in den corolla hast du deine 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 einfahrkilometer schon schon runter gehauen was ist das bei dir 500 oder 1000 1000 war es ja früher ach so du hast du hast dein laptop nicht dabei zeus für war thunder das ist ja assi das ist ja voll assi das ist ja voll assi Gruß von Insel ach nee 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 ist das etwa mein Cousin Kai das wäre ja geil alter Schwede lang nicht mehr gesehen Ewigkeiten könnte sein wie läuft es bei dir wie läuft es bei dir man also wir haben schon also wirklich schon ewig nicht mehr gesehen viele viele Jahre dein laptop schafft war dann da nicht das ist natürlich kacke alles gut so weit und selbst ja so weit so weit ja du wirst ja nichts mitgekriegt haben was was mir alles passiert ist ähm ich bin geschieden mittlerweile ich habe ein Burnout gehabt ich war jetzt gerade vor kurzem in der Reha morgen fängt die Nachsorge an also viel Psyche viel Probleme sag ich mal ähm aber so langsam geht es bergauf es geht bergauf bin nach wie vor am arbeiten kann ich klagen kann nicht klagen ja aber so ist das halt ne so ist das halt das kommt immer wieder mal vor guck mal das zu wo soll ich denn hin warum ist denn die eigentlich da hingefahren da wollte ich gar nicht hin ne warte mal fahr woanders hin eben es kann nur besser werden noch watery ne ja so bin bin zufrieden eigentlich bin zufrieden klar der Burnout wie das halt so ist ne man tut ja alles für die Firma ohne auf sich selbst zu achten und das geht auch lange gut aber irgendwann macht es einfach zack und dann ist man hinüber oh ne hast du so ähm so recycelt klopapier so ist äh ne warte mal nach Bright Falls wollten wir eigentlich ne komm hier steig ein ne doch also es geht bergauf hab wirklich eine schlimme Phase gehabt also wirklich schlimm mit Suizidgedanken und allem pipapo aber es ist alles vorbei es geht bergauf es geht bergauf und was macht die Insel haben sie nur noch mehr zugebaut ich also ich war ja schockiert ne wo ich dann etliche Jahre nicht mehr da war und dann vor ein paar Jahren mal wieder da war ich dachte was ist hier denn los das kann ja wohl nicht angehen zerstören sie die ganze Insel schlimm genug dass mein Kindergarten nicht mehr existiert was geschah mit Alan Wake das ungelöste Rätsel hätte nie gedacht Leben zu finden einlagig alter das kann ja wohl nicht angehen also wenn ich Klopapier kaufen gehe dann muss es vierlagig sein weil ich da mit mit Schmackes durch die Kimme gehe weißt du das muss ja muss ja ordentlich sein aber einlagig die Insel lebt es geht so hatten ja eine Weile lang alles gestoppt wie was gestoppt ich krieg da ja nichts mit was war da los das ist nicht ihr Spielplatz und ich bin nicht die Inbogen den stunden Tiger so funktioniert das nicht aus nichts kann man nichts machen selbst im dunklen Ort wo kaum Regeln gelten ist es nicht einfach Fiktion wahr werden zu lassen ich hatte Vision von dem was passieren wird keine Ferienwohnung mehr bauen neu betreiben ja das finde ich aber gar nicht schlecht das finde ich gar nicht schlecht was die an Natur zerstört haben naja so mir hat das nicht gefallen mir hat das wirklich nicht gefallen ich meine es ist schön klar die Insel lebt von Tourismus aber man kann es auch übertreiben oh Toffel Toffelino Zeus muss ich aber auch bedanken ne Toffel hat ja gerade einen Sub geschenkt Junge 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 Ja ne Oh ich hab heute morgen mit meiner Nichte geschrieben bezüglich Emojis erstellen und was es da alles gibt und die ist also Grafikdesignerin die die macht so ein Kram und hat sie gemeint ja ja ist gar kein Problem wenn ich Ideen habe ich soll dir einfach mal Sachen rüber schicken ähm sie macht dann den Kram sehr sehr geil sehr geil was tun sie da ist das Einzelne was ich bisher gemacht habe die Kanalpunkte ähm Bezeichnung habe ich ähm zu Runen gemacht also man sammelt Runen immerhin nimmst du auf welche lecker Emojis Alter was geht denn da gerade ab komm später nochmal rein alles klar vergess nicht dich zu bedanken dir wurde gerade Geld geschenkt quasi Keine Chance Uns beiden genau Stimmt Zeus wir machen halbe halbe Oh Der sieht ein bisschen blutig aus ne würde ich mal behaupten Junge Junge Boah jetzt hat mir das Ding wieder in den Mund gespritzt Also du bist gerade auf den Pott schön am abwursten Ich konnte aus dem dunklen Ort entkommen das dunkel auch Scratch Er war hier in Bright Falls Ichi und Scratchy Das hast du wohl selber gemacht Digga Ich muss von hier weg Ich muss los Na da hat aber jemand ganz schön gewütet Ich hänge Komm hier lang Ich musste Casey finden In diesem Kampf standen wir auf derselben Seite Gemeinsam waren wir stärker Das ist das Kittchen Der Knast Folgen wir mal der Spur Was ist hier denn los Alles klar Zeus Bis später Ich muss mich selbst schützen Jawohl Eine Waffe und eine Taschenlampe Sehr gut Yippie-Kai-Jay Schweinebacke Da hinten wird geballert Gucken wir erstmal Ob wir noch ein bisschen Loot finden Ne Ludwig Ne Ja wie das bei Remedy spielen so ist Man muss dem dem roten Faden folgen Sonst Entdeckt man nichts anderes Was drin? Ne Hat nur gespiegelt Oh hier Wollen wir mal weg Bam In your face Motherfucker Keine Munition mehr Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Ah da vorne Da gibt es doch wieder was zum Einsammeln Oh ist das schön Ich kann es immer nur wieder sagen Was Das könnte schon sein So Was geht Eine Patrone war drin Juhu Hier noch was versteckt Oh komm Leute Wie soll ich denn mit einer Patrone da Irgendwas ausrichten Oh komm Ja was Jetzt Und Headshot Nein Love Forest Lauf Schnell 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 Mach auf Mach auf Mach auf Gewehr Gewehr Da war keine Munition drin Okay Dann sollten wir uns wohl Verpissen Alter schreckt mich doch nicht Okay Apropos Druck Ich müsste mal eine Stange Wasser in die Ecke stellen Komm das mach ich jetzt auch eben Was ist das Wo ist es hin Casey ich komme Scheiße Ich bin Das war's für heute. wir übernehmen bewusstlos halt das ist mein fall das ist jetzt keine fbi untersuchung mehr der fall wurde an uns übertragen das ist okay die beweise und den papierkram von eurer außenstelle zu unserer basis im sheriff büro darüber hinaus noch irgendetwas relevantes der clicker ich kann ihnen nicht vertrauen da fällt mir nichts ein okay dann sind sie hier fertig gute arbeit moment mein partner agent casey wird vermisst nein scheiß drauf ich war kurz davor weg den clicker zu bringen bin noch nicht fertig ich muss casey finden und meine familie vor dieser horror geschichte retten der alert geht wieder komisch komisch ja war ein kurzes kapitel ja wie das nicht und die die sap alerts ging auch nicht das ist mir unbegreiflich werbung ja ich muss mal ich weiß auch nicht im prinzip ich bin ja überall rein in die ganzen plattformen und habe dann meine authentifizierung von twitch erneuert warum macht er keine keine dinge warte mal solange das liter läuft ne kann man ja mal ein bisschen gucken wo ist das denn überhaupt hier da support alert aktualisieren nicht deaktivieren wenn die quelle nicht sichtbar ist cash aktualisieren vielleicht geht es jetzt kann mal jemand zappen ja 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 manchmal aber ja 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 Vielen Dank.